Dritte Auflage Sparkasse Transzollernalp, erfreulicherweise ist Herr Ketterer wiederum als Sponsor mit dabei. Warum? Ja, für uns gibt es eigentlich mehrere Gründe, warum wir hier mit dabei sind. Zum einen, selbstverständlich, weil die Veranstaltung bei uns auf dem Wachsgelände stattfindet, auf dem Gelände der Imnauer Mineralquellen und zum zweiten, weil die Veranstaltungen von der Firma Skyder, sprich Herr Saalscheider, optimal organisiert sind und da sind wir gerne wieder mit dabei. Dankeschön. Stefan Ohl ist heute zum dritten Mal mit dabei. Stefan, was motiviert dich? Warum bist du wieder dabei? Weil der Transzollernalp eine super Runde ist, drei schöne Tage über die Schwäbische Alb, macht Spaß, schöne Strecke, gute Stimmung, klasse organisiert. Wenn man hier aus der Ecke ist, ist es einfach eine Ehrensache, ein Muss quasi dabei zu sein. Danke. Take care. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.